Und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch mit dem Priester unterwegs und mein Handy hat gerade geklingelt. Ich muss mal gerade gucken, bevor ich hier noch ein Mega von Eggart kriege. Wer will was? Ja, ähm, so ist halt als Clan Leader. Ständig bekommt man so ein paar Nachrichten. Hier, mach mal dieses, mach mal jenes. Ich brauche Hilfe da und da. Priester gegen Schamane waren wir dran. Anwin gegen Thrall. Das Licht wird den Sieg bringen. So. Und diese Starthand behalte ich mal. Bekomme ja auch noch ein Coin dazu. Grüße. Immer noch natürlich mit dem Basis-Deck und immer noch gegen den KI. Ihr wisst Bescheid. Ersten Zug mache ich nix. Weil ich diesen Raptor ganz gerne hier mit kombinieren würde. Machen wir so. Und machen wir. Gucken wir mal. Was, ihr wolle? Hm. Doof. Aber kein Beinbruch. Wir können das machen. Und das machen. Geil. Aber trotzdem okay. Ja, okay. Ich dachte jetzt, er hätte mir den Diener rausgenommen. Ja, wenn das so ist. Dann, ähm. Freuen wir uns natürlich dreimal. Geht er mir den Diener rausgenommen. Geht er mir den Diener rausgenommen. Na, den kriegt er nicht dauernd. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aha. Klerikerin. Eigentlich bringt er hier nix. Weil im nächsten Zug wird er den sowieso... Blöd, blöd, blöd. Es fehlt ein Schaden. Was, ihr wolle? Ah. Er hat zwei Diener reinlaufen lassen, möchte ich nicht. Doch. Ich meine, wir ziehen jetzt zwar eine Karte. Da habt ihr das auch mal in Action gesehen. Wir ziehen jetzt zwar eine Karte, weil er seine eigenen Diener heilt. Aber so toll ist die Situation trotzdem nicht. So. Was machen wir da? Wir könnten auf jeden Fall erstmal... Dann haben wir keinen Spott mehr, ne? Wir könnten, wir könnten... Wir könnten... Ja, komm. Machen wir es einfach mal. Möchte jetzt auch nicht hier tausend Jahre... An dem Zug hängen. Und dann... Machen wir das... So. Und jetzt zeige ich euch einen Trick. Machen wir das noch so. Denn im nächsten Zug haltet er sich selber und ich ziehe wieder eine Karte. Tipp for free. Und ich mache so... Ich meine, ich könnte jetzt auch selber heilen, aber das wäre... Wäre ja nur wirklich zu viel des Guten. Nein. Das war gut gespielt von der KI an der Stelle. Oder Windzorn drauf. Sehr, sehr gut. Okay. Das war wiederum nicht wirklich eine Glanzleistung. So. Haben wir irgendeine Möglichkeit, um diesem blöden Yeti loszuwerden? Wir könnten Schattenwort Schmerz auf den machen, was ultra die Verschwendung wäre. Wir könnten auch zweimal die Elfenbogen Schütze machen, um den loszuwerden. Das ist für mich erstmal der bessere Zug, sozusagen. Dann heilen wir hier erstmal. Machen den weg. Heilen nochmal. Und schließen ab. Zwei, drei. Okay, okay, okay. Okay, alles kein Problem. Wir machen das erstmal so. Dann machen wir Schattenwort Schmerz auf den. Sehr cool auf jeden Fall. Dann machen wir Tag und Tag. Heilen den nochmal voll. Gehen hier drauf. Und hauen noch einen Spott raus. Hier tut deinem Schlachtzugleiter. Ja, face, 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 würde ich sagen, ne? Ja, und da ist das Spiel auch schon gelaufen. Können sogar noch heilen. Hier nochmal Gedankenschlag. Und putz. Sehr cool. Also. Mit dem Priester Level 5 geworden. Den Schamanen haben wir somit auch besiegt. In der nächsten Folge seht ihr dann Priester gegen Droide. Wir machen wieder Vaude. Drei mal Carolyn. Da ist es ein Thema. Da ist ein Thema. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.